Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eklatoren zu einem neuen Part. Mithopia mit dem Zwergenfürst. Nein, hier hat gerade niemand gepforzt. Und gepupst man nicht natürlich. Eine Schatztruhe, öffnen wir sie. Jaha, eine HP-Banane. Und dann mal weiter. Monster? Ja klar, kommen wir gleich Monster. Aber sowas von. Nein, nur eine Schatztruhe. Eine Falle. Ich habe doch gesagt, es ist ein Monster. Monster? Naja, ob man das, was ich Monster nennen kann, weiß ich nicht. Apfel, Gelee. Einmal fiese Formel, dann haben wir es. Einmal Ketchup abspritzen. Alle mal mit Ketchup abspritzen. Das ging schnell. Und dann hätten wir es geschafft. Schleim, Gelee, Schleim, Gelee. Zweimal Schleim, Gelee. Ich habe keine Lust. Wir werden, das wird schon wieder. Sagt doch nicht. Oh, eine riesige Schatztruhe. Sollen wir es öffnen oder weiterziehen? Das ist ein riesiger. Ist der Dunkelforst drin als Falle. Das wäre es. Es enthielt Spielzeugkittel. Zweige hat das Item erhalten. Achso, stimmt ja. Ich bin ein Laborant. Wissenschaftler sozusagen. Oh, das Orange, das steht mir noch. Und das Rot, das passt zum Ketchup. Ich nehme das Rot. Ich hatte direkt vergessen, dass ich Wissenschaftler bin. Weil das Kostüm so anders aussah. Ich habe das Gasthorst gefunden. Okay. Ein Schatzweg. Okay, irgendwo hier sollte sich die Fee aufhalten. Also eine der Elfen, zumindest aus dem Dorf. Der Dunkelforst, Julian, soll sie eine Burg haben. Stimmt, die liegt auf einem Vulkan. Und der ist im Osten. Tja, das hast du bestimmt von Tumblr 2 gehört, oder? Leider ist der Weg dorthin im Augenblick versperrt. Oh, wieso denn das? Ein Zauberer hat ihn unsichtbar gemacht. Wenn man einfach losläuft, wird man sich nur verlaufen. Okay. Also kommen wir erstmal nicht zum Dunklen Fürst. Dann müssen wir vorher erstmal noch den Zauber beheben. Aber als allererstes müssen wir hier die Fee finden. Und der den gar ausmachen. Zumindest dem Monster, das ihr Gesicht trägt. Okay. Die Monster sind jetzt hier nicht so schwer. Das sagen wir da oben, Mist. Ich habe Angst, dass ich verliere. Das ist alles noch ein rechtes Ertrag, Waren, Feuer frei. Also meine Attacke konnte die gerade sehr gut besiegen. Okay, drei haben wir noch. Wie wäre es, dann bin ich einfach mal meine fiese Form der Einsätze. Kann ich doch beide auf einmal besiegen. Das hat doch bisher gut geklappt. Wie schmeckt euch das? Ketchup für alle. Zwing und Koma sind siegreich. So ein Glück. Sushi. Ich hasse Sushi. Bitte nicht nochmal. Ihr könnt eure Sushi behalten. Im Hebel. Was haben wir denn hier? Zwing hat einen eigenartigen Schalter entdeckt. Betätigen oder nicht betätigen. Ja, normalerweise sind Schalter ihr bisher immer was Schlechtes gewesen. Aber, komm, shit happens. Hui, was passiert? Ein geheimer Pfad. Uh, ha. Ein geheimer Pfad. Gasthaus gefunden. Ich dachte, hier kommt die Elfe. Die Elfe aus dem Dorf. Ich dachte, da finden wir ein Gesicht, aber was so ist. Gute Bekannte. Helfen gelernt. Na denn. Bei mir und Donalds läuft irgendwas. Fantastische Erinnerungen. Wow, das muss man sich mal vorstellen. Ich möchte ein Spiralenglas. Dann soll ich das bekommen? Aufgestockt an Waffen und an Kleidung gegebenenfalls. Ausrüsten. Ausrüsten sollst du haben. Ein Eichel. Eichelgeschoss möchtest du haben. Nimm das hier. Eichelgeschoss. Von mir aus. Rüste dich aus. Geld haben wir genug. Und du willst einen Löwenzahn. Na dann. Pusteblume. Ne, nicht Pusteblume. Bekommst du. Kriegst du geschenkt. Deine Klamotten. Die sehen so was von lächerlich aus. Glaub mir es. Naja. Das wird sich zum Glück noch ändern. Okay. Und wo genau war jetzt das Gesicht der Elfer? Beziehungsweise der Fee. Ich weiß nicht genau, was es sind. Elfen oder Feen im Dorf. Ich denke die Feen waren die Dreie, die wir hatten. Und das im Dorf sind Elfen. Aber wer weiß. Kann mich auch irren. Fiese Formel. Jetzt mit einem neuen Glas. Bringt noch mehr. Ja. Ohnächtlich. So schaffen wir es sehr schnell hindurch. Weiter geht's. Und voran, voran. Ja. Donalds sagt wieder irgendwas sinnloses. Die Citrus-Höhle. Wie süß. Das ist hier und duftet. Oh, schau mal. Das sieht ja lecker aus. Was? Donalds muss natürlich davon kosten. Und wird dann zum Monster. Nein, halt. Was denn? Das ist eindeutig Orangenschaft. Was ist da aber bitte eindeutig? Donalds nimmt genüsslich an der mysteriösen Flüssigkeit. Und würzt doch Schnecke. Ah. Huch. Tja. Zu bestandelt. Donalds ist wieder ganz normal. Schade. War wohl gerne ne Schnecke. Warum sagt er denn sonst schade? Oh, was haben wir hier? Das sieht doch sehr nach nem Gesicht aus. Nach nem Tumblr-Gesicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du meinst wohl ja Tumblr-8-Falter. Wollte sagen Tumblr-Link. Amit haben wir da acht Halter, trifft es wohl auch. Fiese Formel. Vielleicht kann ich die Schnecken daneben auch noch damit treffen. Zack. Okay, sie sind schon mal erledigt, die Schnecken daneben. Okay. Der Falter, der kann ein bisschen was ab. Ha. Donalds ist ausgewichen. Bereits zum Abschluss. Nein. Er nimmt mich Mi-Projektil. Der schießt mich einfach. Was sollte denn das? Das Mi-Projektil. Energisch. Putin feuert zwei Gieren. Ja. Na, wie viel hat sie denn noch? Soll mir egal sein. Wir schaffen's. Wurde nämlich angezeigt. Oha. In meinem Team geht's noch mittelmäßig gut. Oha, jetzt nicht mehr. Ich brauch mal die Ruhezone. Oh, noch nicht mal die Hälfte haben wir geschafft. Putin mal wieder überlebt. Und den anderen mal die H-P-Streuer. Und, ja, gute Heben. Und Donalds ist in der Ruhezone. Jetzt nicht mehr. Da kann er wieder weiterkämpfen. Impuls auf den Falter. Alter Falter. Nein, das ist kein alter Falter. Ben Tamla 8 Falter. Kann mir jemand helfen. Zur Stelle. Auweher. Noch einmal. Zack. Donalds ist dran. Feuer frei. Das zieht aber nur 9 ab. Oh, alle geheilt. Das ist schön. Diesmal mit Impuls. Diese Formel bringt da nicht mehr viel. Das zieht dann auch weniger MP ab. Kannst auch öfters einbenutzen. Äh, einbenutzen ist auch wieder so ein Wort. Von mir erfunden. Nein, Donalds. Ich hab keinen Nebenstreuer mehr. Das ist schlecht. Putin, du mal in die Ruhezone. Mann, hätte ich mal aufgepasst. Hätte ich Donalds jetzt nicht verloren. Okay, den haben wir bald. Das sieht schon gut aus. Hey, wach auf Donalds. Cool. Die Blumen kann ja jetzt den Tau des Lebens. Das ist sehr praktisch. Oha. Nein, Merkel. Nein, Merkel. Wir brauchen dich noch. Nein. Überleb. Nein. Auch noch Donalds. Ich bin auch fast am Boden. Jetzt muss Putin alleine kämpfen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Nein. Donalds in die Ruhezone. Wir haben den doch bald besiegt. Komm. Ein bisschen halten wir das noch aus. Ein bisschen halten wir das noch aus. Komm schon. Komm schon. Das schaffen wir. Nicht mehr viel. Komm schon. Komm schon. Halt aus, Zwerggy. Hält's durch. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Gut, dass Tamla auch angreift. Die Tamla. Fee. Nein, Putin. Nein, Putin. Das bin ich auf mich allein gestellt. Und das sieht nicht ganz gut aus. Nein, nein, nein. Oh, besiegt Tamla. Fee war ein. Oh, war das knapp. Oh, ich bin mit Worten auch am Ende. Alter Schwede. Habe ich höllisch unterschätzt. Diesen Kampf habe ich sehr unterschätzt. Oh, guck mal wie geschafft alle sind. Alter Schwede war das ein Kampf. Bonus eher, äh, für wen? Ähm. Denk ich alle gleich auf. Ich gönne es mir, weil ich so einen nice Kampf gehabt habe. Boah. So knapp. So knapp war das. Falterhonig und Sudschnecken. Bah, Schnecken sind auch heglig. Fehlend Juwel C erhalten. Da fehlt uns nur noch ein Juwel. Ich werde Tamla 1 zeigen, was ich drauf habe. Ja, das war's, du Putin. Öffnen. Hurra, Duft in der Tee. Bah, Tee mag ich auch nicht. Ein Gasthaus. Du hast 550 Leute gerettet. Die Macht des Hochs. Hp-Streuer vergrößert. Das kann ich gerade gebrauchen. Und auf den Mp-Streuer. Ah, Ruhezone ist jetzt noch ruhiger. Das ist auch schön. Den Text brauchen wir nicht lesen. Nächste Beziehungsstufe. Ich muss das mal wechseln. Damit sie sich auch mal untereinander befreunden können. Ich brauche das Ganze mal so hier. Okay, Putin möchte einen schicken Panzer haben. Und wer das schick ist, weiß ich nicht. Aber hier, nimm. Der sieht absolut gar nicht schick aus. Der sieht sehr, sehr babyhaft aus. Aber nimm. Oh, eine Nuckelflasche. Passt gerade dazu. Deswegen hatte ich eine Nuckelflasche gekauft. Naja, von Ketchup zur Nuckelflasche. Wenn es hilft. Oh, himmlisches Kleid. Was soll er kriegen? Prinzessin Putin. Dein himmlisches Kleid. Hier hat eine Robots. Jetzt bringen wir aber erstmal das Gesicht zurück. Tumblr 8. Hier hast du dein Gesicht zurück. Und zack. Furchtsame Tumblr Nummer 8. Oh, das war ja schrecklich. Fesche Tumblr Nummer 1. Diese Freude. Und du, ihr habt uns gerettet. Der Fremde meint er. Meint er. Danke. Vielen, vielen Dank. Bitte nimm dies als Geschenk. Fünf HP Bananen erhalten. Aber jetzt entschuldige mich. Ich muss mich hier noch ein bisschen fürchten. Na klar. Fürchte dich ruhig mal. Die haben wir. Die müssen wir nicht retten. Jetzt müssen wir noch die retten. Die wollten wir ganz im Schluss retten. Weil die ist hinter dem Tor. Und die müssen wir noch retten. Und wo seid ihr? Dort. Na dann. Hint dort. Hint fort mit uns. Hint fort an diesen Ort. Wo das Gesicht. Nieser Fee. Seinen Ort. Und wo das Gesicht. Der Fee hat seinen Ort. Schlechter Reim. Ich weiß. So. Fiese Formel. Mit meiner Nuckelklasche hier. Verbrühe ich euch alle. Was heißt es? Dricks drin. Nur ein paar Kratzer. Na dann. Hervorragend. 48 Gold. Okay. Kann es weitergehen. Weilung. Es kommt noch ein Haus. Bevor wir auf das Gesicht treffen. Vielleicht sogar frei. Sogar zwei. Versprecher hier. Auf dem Band. Und. Darf ich dich etwas fragen? Ja gerne. Sicher. Was denn? Was wirst du tun. Sobald du die Dorfbewohner gerettet hast? Dann geht es dem dunklen Forsten. An den Kragen. Ah. Du willst also sofort weiterziehen? Ja. Eigentlich schon. Nur. Es geht um den verborgenen Weg. Der zum Flammenberg führt. Nicht wahr? Keine Sorge. Ich helfe dir. Versprochen. Das ist toll. Dann können wir unsere Freunde zurückholen. Unsere Teams. Dann kann ich mir endlich meine Teams zurückholen. Blackie. Blackies Zweiter. Beziehungsweise Lisa. Ähm. Guidi. Annelie. Annelie. Sarah. Finne. Wasserzerre. Schön, schön. Tomatenudeln und Marshmallow. Die Kombination ist vielleicht nicht ganz so lecker. Aber was soll's. Ja. Und was haben wir hier? Eine Gabelung. Süßes oder Bares? Diesmal nehme ich Süßes. Auf geht's. Letztes Mal habe ich Bares genommen. Ich sag's mal so. Wenn wir die... Alle drei Teams wieder zurückkriegen. Also Team Blackie. Team Finne und Team... Und das aktuelle hier. Das Politiker-Team. Und dann... Dann würde ich mal sagen. Nehmen wir aus jeweils einem Team... Aus jedem Team einen mit. Also aus diesem Team würde ich wahrscheinlich den Donald mitnehmen. Weil der ist Panzer und... Der ist glaube ich am effektivsten im Kampf. Ich würde sagen, das ist die kreativste Lösung. Und ja. Das werde ich glaube ich so machen. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Nein, nicht Putin. Ich bin gleich wieder da. Das sieht bestimmt fürchterlich aus. Ach du Schande. Tada. Nein. Nicht dein Ernst. Na, was meinst du? Ähm. Ich sag mal lieber nichts. Erkennt dich kaum hier. Oh, Schande. Können wir mal ganz schnell weiter. Ganz schnell hinfort, ohne ein Wort über Pudins Haare zu erwähnen. Was haben wir hier? Das sind die größten Tomaten, die ich je gesehen habe. Oder wir sind geschrumpft. Ja, genau. Haha. Oha. Merkel. Na, ihr Wünschen, Inga. Ohaaha. Da sind wir tatsächlich geschrumpft. Nein, es war nur Donalds Traum. Er hat irre Träume. Puh, nur ein besserer Traum. Na dann. Ich fühle mich nicht so gut. Genauso wie mir. Ja. Mir scheint es auch nicht gut zu gehen. Ein Pogel, ein paar Orangen und Pompompoms. Wie so Formel, damit erledigt ist sie alle. Hoffentlich. Jo. Nein, die Pogels sind noch übrig geblieben. Nein, die Pompompoms. Pogel ist besiegt worden. Okay, das hat Putin auch erledigt. Und hat er es geschafft. Damit haben wir es geschafft. Ich hätte ich nicht so weitermachen können. Oh, geht es bald Level 10. Hühnchen, Curry und Tomatennudeln. Kann wohl jemand wieder Nudeln essen? Mh, Nudeln liebe ich. Ich bin ein Nudelnliebhaber. Oh, drei Gesichter auf einmal. Hey, Holla. Oha. Genau, Holla, die Waldfee müsste ich eigentlich hierfür nehmen. Das wäre eigentlich die richtige Fee gewesen. Tomatenteam. Oha, ich hoffe, dass das nicht dreimal so stark ist. Weil dann bin ich aufgeschmissen. Fiese Formel. Zählt das für drei? Das wäre es. Eigentlich nicht, das ist nur ein Gegner. Schade. Spuck Tomatensaft. Jam. Er mag Tomatensaft. Vorsicht. Okay, was hat das jetzt gebracht? Einen Tomatensaft spucken. Okay, wenn es Spaß macht. Okay, das ist fiese Formel. Das hätte ich mir sparen können. Das ist sehr ineffektiv. Wenn es nur um einen Gegner geht. Ja. Man zieht das viel zu viele MP ab und ist nur schädlich. Nein. Nicht Merkel. Ab in die Ruhezone mit dir, Merkel. Wir schaffen es zusammen. Zack, zack. Ich werde geheilt. Okay. Ich und Scharmfmüll, scheinbarer Tomaten. Und die anderen nicht. Deshalb werden die davon geschadet. Okay. Und wir werden geheilt. Okay, MP-Streuer alle machen für Zwergi. Jetzt kann ich wieder angreifen. Merkel muss noch ein bisschen in der Ruhezone bleiben. Die ist noch nicht ganz aufgefrischt. Zack. Oha. Oha. Langsam brauche ich auch wieder in den Platz in der Ruhezone. Merkel. Wenn es recht ist, MP-Bonbon für Donald. Ich benutze diese Bonbons irgendwie gar nicht und die Bananen auch nicht. So lange es noch so geht. Mach es so. Jetzt mal Putin in die Ruhezone. Adaptiert mir. Ist noch mal ein Puls. Die Hälfte haben wir schon. Na komm. Die dürfen wir doch schaffen. Jetzt habe ich aus Versehen ein Foto gemacht. Jetzt muss ich aber auch mal in die Ruhezone. So. Oha. Zeit für eine Steuer. Okay. Sie hält sich selbst. Trump hat wieder ein paar HP bekommen. Kann er wieder schießen. Sie hat zur Belohnung. In fehl zur Belohnung. Welcher Welle. Okay. Wir sind wieder topfit. Sieht zumindest so aus. Nein. Putin ist nicht topfit. Yum. Mir tut das nichts an. Der Tomatensaft. Nein. Putin. Merkel. Kannst du ihn vielleicht wieder beleben? Wäre schön. Mach auf Putin. Ja. Dann brauche ich die Nebensteuer nicht einzusetzen. Nächste Beziehung. Ja. Bekannte. Komm und gelernt. Und weiter geht's. Svegi bietet Hilfe an. Gemeinsam. Attacke. Meine Kleidung ist total verschwitzt. Okay. Habt schon mal eine verschwitzte Fehl gesehen. Ähm. Wer im Wunder. Sagst mir Bescheid, wenn du meine Fehl siehst. Also. In echt. So. Wenn du eine verschwitztes Fehl siehst. Oh. Verschwitzt haben wir da nun mal. Drei gerettet. Zwei Unko waren siegreich. Yay. Bitte ein nächster Kristall. Oh. Level 10 für mich. Und für Donald. Und Donald. Laser erlernt. Feuere hochpotente Laser. Die alle Gegner aus dem Weg räumen. Na dann. Tomatenudeln. Haben wir jetzt genug. Die UWA. Damit können wir jetzt das Tor öffnen. Wenn ich nicht falsch denke. Komplett falsch liege. Du hast Level 10 mit der Klasse Forscher erreicht. Dafür gibt es eine Medaille. Du hast Level 10 mit der Klasse Panzer erreicht. Dafür gibt es eine Medaille. Und schlaft. Ne. Erstmal noch nächste Beziehung zwischen Merkel und Trump. Flüchtige Bekannte. Warnen erlernt. Das ist schön. Bringen wir drei Gesichter zurück. Dann ab zum Tor. Also jetzt erstmal die Gesichter. Und dann geht es weiter. Hui. Zack. Du hast dein Gesicht. Hurra. Ich bin gerettet. Aber nichts noch wichtiger ist. Verstammler Nummer 2. Lebt. Und sie ist unverwert. Danke. Nimm das hier. Zum Dank. Wupp. Wupp. Habe ich gerade Wupp. 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 Entwickelt sich wohl zu Bubis Blutepalas. Oder was. Wupp. 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 Na. Oh ja. Hast du auch dein Gesicht zurück. Oh je. Die frische Kammerlein hat mich gerettet. Was kann es nur für ein Schöneres geben? Und du Fremde. Hast ihr sicherlich Kolfen auf deine eigene Art. Tja. Nimm das zum Dank. Geld. Geld regiert auch die Feenwelt. So. Nimm dein Gesicht. Nimm das. Zack. Hossa. Wer sagt noch Hossa? Wer benutzt denn noch solche... Begriffe. Danke. Ihr habt mich rettet. Die Fäsche Fee haben unglaubliche Kraft. Und du von da bist auch ein ganzer Hase. Du hast uns angehörten. Also sollst du das hier haben. Geld. Nimm es gerne an. Übrigens. Wie geht's der Fäsche Kammerlein Nummer 3? Sie ist in Sicherheit. Okay. Eine haben wir noch zu retten. Die befindet sich hinter dem Tor. Die haben wir noch zu retten. Fäsche Fee ist haben wir da Nummer 3. Da müssen wir jetzt hin. Direkt dorthin. Zum Lotussee. Auf hier. Und dann können wir jetzt endlich durchs Tor. Drei Kristalle haben wir ja. Wieder so ein Tor. Diesmal mit drei Öffnungen. Dann wissen wir ja was zu tun ist. Eins, zwei, drei. Die passen. Ein Triforce oder was? Du hast falsch angeordnet. Huchaha. Es geht weiter. Jetzt könnt ihr euren Weg fortsetzen. Na das freut mich außerordentlich. Ein neues Gebiet. Wir halten zusammen. Jetzt sind wir hier im Lotussee. Aua. Uff. Wer soll ihm zur Hilfe ein? Lass mal Putin holen. Hey alles okay. Dankeschön. Donuts ist ihm dankbar. Neue Beziehungsstufe? Nein noch nicht aber. Ein bisschen. Auf Möpfung. Na. Eine Gabelung. Felsen. Kaulkopfen. Nehmen die Kaulkappen. Felsen brauche ich nicht hier. Ein Lotusgebiet. Wir haben ja die Kaulkappen. Kruppkappe. Okay. Impuls. Mach's alle. Zack. Und der nächste. Putin. Hat's erledigt. Putin unkommensiegreich. Putin ist halt der Stärkste. Attacke. Die Gabelung für Putin. Putin hat T-Stunden gelernt. Magische Runde. Stellst deine MP. Und die eines Freundes wieder her. Magie. Okay. Das hätte hier der Bulli. Der hätte so gut nie in eine Rolle gepasst. Ah. Leider habe ich an den nicht gedacht. Für die Sissy. Die beste. Die perfekte Besetzung gewesen. Das wäre es natürlich gewesen. Jetzt erre ich mich so. Ah. Das wäre es natürlich gewesen. Der Bulli als Prinzessin. Hm. Ich habe es verkackt. Na ja. Putin tut es auch. Frische Brise ist dran. Okay. Das sieht eher nach einem Wirbelsturm aus. Nach einer frischen Brise. Das ist ein bisschen untertrieben, oder? Frische Brise. Ha. Ich Impuls auf die frische Brise. In Anführungszeichen. Okay. Die kann ein bisschen was ab. Die frische Brise. Sekunde mal. Zack. Zack. So. Die Kaul-Krappe ist besiegt. Jetzt ist nur noch diese angeblich frische Brise da. Ihr schafft's. Siegreicher. Die stärkste. Uh. Baby-Nahrung. Da da. Gibt es was zum Essen heute Abend. Da da. Popo. Ciao. Schwert-Sashimi. Okay. Interessant. Noch nie von gehört. Sashimi. Beschmecken. Wird was ähnliches sein. Du hast Level 10 mit der Klasse Prinzessin erreicht. Du hast Level 10 mit der Klasse Boomer erreicht. Und schlaft. Immer noch in der Beziehung dazwischen. Ihr müsst auch mal schnafen. Putin und zwängige Flüchtige Bekannte. Ah, Flüchtige Bekannte. Meint ich natürlich. Und neuer Tag. So. Ähm. Ich würde mal sagen, ist ein gutes Stichwort. Genug für heute. Und wenn es nach oben sollt es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da. Wenn ihr neu seid. Und ja nicht den nächsten Part verpassen wollt. Oder ein nächstes Video generell. Ja. Aktiviert das Glöckchen oben an meinem Kanal. Dann haltet ihr. Kostenlos. Benachrichtigungen. Wenn ich ein neues Video hochlade. Schadet nicht. Ja. Ansonsten habt noch einen angenehmen fasslichen Tag. Und ja. Gehabt euch wohl. Und haut drinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020